So stelle ich mir das manchmal bei Olli zuhause vor. Ja Freunde, so sieht's aus. Naruto Handzeichen oder wat auch immer hier in der Unusual Memes. 247. What? Aber habt ihr gesehen, wie sich das Fischfleisch vom Knochen, ne, von den Gräten gelöst hat? Sehr gut. Sad, Alter. Ultra sad. Ich mach das mal ein bisschen leiser. Ich glaube, das fetzt euch ganz schön weg. Nice. Ich mach das mal wieder. Ich mach das mal wieder. Und ich habe meine Knochen. Und ich habe Angst, dass ich... Oh, Loll! Engine start, kein Problem. 5 Minuten. Problem, Engine start. Problem, Engine start. Ich hab das. Ja? Wtf? Nein, nicht der Ball. Oh, Alter. Oh, Alter. Alter, Alter. Auf! Das hat richtig weh getan. Was schreibt er da? Er er... Hah,a! Geil! das mache ich nächstes jahr zu meinem geburtstag das war bestimmt ein krasser alpha move oder so das war ein umwerfender snack tja jetzt weißt du wieder nicht ne baby wombat oder doch italienischer nationalspieler ich habe einen fußball joke gerissen können wir ganz kurz stolz auf mich sein alter es passiert alle 15 jahre mann ich wollte die overlays wo sind die overlays da ist meine kamera wo sind die overlays so stelle ich mir das manchmal bei ollie zu hause vor exakt das witzigerweise anne so ey du hattest doch damals für dieses eine dr freud idioten video so high heels an fand ich geil kannst du noch mal und ollie so klar babe und dann das schnitt das ist legit das nächste bild ja babe ja so kennt man ollie floging auf king unlocking stand da gerade ja ja sind einfach viele ok life is hard arbeite mal mit ollie zusammen oh leu was ein asi alter hätte ich sein können ich hätte nicht gedacht dass eine frisur noch beschissener sein kann als dieser schweizer edgar aber doch geht aber doch geht aber doch geht äh alter wo haben die das bild von mir beim baden her nicht okay privatsphäre und so tisch äh stuhl beste performance alter der bro wird einfach von einem professionellen hunde assassin einfach erwürgt die abg Save dasTime es Miami Zuschauer die keine Kennt ihr den Typen? Falls ihr den Typen nicht kennt, Alter. Ey, was der Typ alles durchgezogen hat mit diesem Skateboard und mit den Rüstungen, die er sich dann irgendwann dazu anzieht und so. Das ist alles nur geil. Okay. Der Sound. Der Sound. Alter, Furry ist auch immer krasser, ne? Nice. Loll. Where are you? Hä? Dicker, das war Kochutensilien-Esoterik. Also entweder das. Entweder der war Kochutensilien-Esoteriker-Heiler. Oder der Typ war legit, weiß ich nicht, Küchen... Küchenchirupraktiker. Ich hab keinen Plan, aber das war schon heiß auch. Weird. Krasser Typ. Ey, und ich sag, wie es ist. Reich wird der damit heutzutage auf jeden Fall trotzdem. Der nicht. Der ist ja auch anders wild. Der ist ja so komplett Esel auf Stoff auch, mit ihren drei Metern. Kommt nix mehr. Crazy. Insane nice. Moosed. Freunde, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, unnuschel Memes. Komm jeden Montag und bei uns dann kurz ein bisschen später, Leute. Ja, ich weiß nicht. Ja. 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 Vielen Dank.